So, hallo zusammen, ein bisschen andere Konstellation heute, ihr seht schon, ich bin auch im Urlaub in Italien und es wackelt alles und es hört sich ein bisschen alles anders an, aber ich möchte euch trotzdem nicht verschont lassen von meinen Videos und deswegen gibt es heute wieder ein Update und zwar ein Update zu PayPal, was schon etwas länger erwartet wurde. Zu PayPal auch hier zunächst einmal, PayPal habe ich vor einigen Wochen bei mir ins Depot eingelegt oder angefangen einzukaufen und bisher ist auch die PayPal-Aktie bei mir im Depot unterhalb von 1% gewichtet. Der Zeitpunkt des Kaufs war damals eigentlich ganz gut gewählt, im Sinne von ganz gut, weil der Aktienkurs danach angefangen hat zu steigen. Ich bin aktuell mit dieser PayPal-Position 10% im Plus, aber man muss auch dazu sagen, wie gesagt, es ist eine relativ kleine Position und ich hatte mir damals auch das Ziel gesetzt, diese Position, also PayPal, weiterhin auszubauen in meinem Depot mit langsamen Zukäufen und jetzt stellt sich die Frage, ob jetzt nicht eventuell wieder eine sehr gute Buy-the-Dip-Möglichkeit besteht, wenn wir uns einfach mal den Chartverlauf anschauen und grundsätzlich mal einfach auf die Fundamentaldaten eingehen. PayPal hat die letzten Wochen und Monate, vor allem nach dem Führungswechsel, ist es sehr präsent gewesen in den Schlagzeilen, auch vor allem, weil Alex Chris ja natürlich jetzt als neuer CEO dort auch sehr viele Veränderungen mit eingebracht hat, teilweise vielleicht von der Kommunikation nicht immer sehr gelungen agiert hat, aber dennoch muss man sagen, dass jetzt vielleicht tatsächlich der Beginn ist, wo PayPal langfristig einen Turnaround schafft. Schauen wir uns mal ganz kurz hier den Kursverlauf an, also vom Aktienchart, dann sehen wir hier, dass wir hier einen sehr langen Abwärtstrendkanal hatten bei PayPal. Ich habe hier gekauft, nachdem dieser Trendkanal nach unten durchbrochen wurde, dann wieder reingelaufen ist und habe hier auf diesem Level meine Position, meine erste Position zugekauft und seitdem entwickelt sich der Aktienkurs langsam, aber sicher eher ein bisschen nach Norden und wir haben hier diesen Trendkanal tatsächlich durchbrochen und zwar nach oben durchbrochen. Wenn wir uns hier mal von der Konstellation her anschauen, was jetzt der Idealzeitpunkt ist, dann ist natürlich so ein Durchbruch hier aus dem Trendkanal mit Backbestätigung, also hier wieder, entweder hier oder hier, dann ein sehr positives Signal, wenn wir hier wieder nach oben abprallen. Das heißt ganz wichtig, wir sollten hier vermeiden vom Aktienkursverlauf nach unten wieder durchzurauschen, dann wieder in diesen Trendkanal reinzulaufen. Das wäre schon mal ein sehr positives Signal und könnte dann eben langfristig auch charttechnisch, wie gesagt Chartmagie, immer nur ein wichtiger oder ein Bestandteil von der Aktienanalyse nie der einzige Bestandteil und ich nutze es vor allem wirklich nur als Analyse, wann ich einen weiteren Zukauf eben tätige und hier bietet sich jetzt im Moment tatsächlich eine sehr gute Konstellation an, meiner persönlichen Ansicht nach, um bei mir im eigenen Depot vielleicht nochmal ein bisschen mehr Paper nachzulegen, denn wir haben hier nach den letzten Quartalszahlen, die durchaus gut waren, auch die Erwartungen geschlagen haben von den Analysten, ist der Aktienkurs erst einmal relativ stark dynamisch nach oben ausgebrochen, wurde aber ganz schnell wieder abverkauft. Das kennen wir von vielen anderen Aktien auch und hier stellt sich jetzt eben die Frage oder die Antwort darauf ist eben, dass hier nach diesem Abverkauf tatsächlich meiner persönlichen Ansicht nach, wie gesagt keine Empfehlung, keine Kaufempfehlung, aber meiner persönlichen Ansicht nach bietet sich jetzt hier wieder ein sehr guter Nachkauf an. Wenn wir uns die Quartalszahlen auch insgesamt anschauen, muss man hier dazu sagen, es ist nichts, wo die PayPal-Aktie und es war auch nicht die Erwartungshaltung nach einem Managementwechsel innerhalb von zwei Quartalen sofort wieder dynamisch zündet, sofort wieder in den Angriffsmodus oder Wachstumsmodus übergeht und dann der Aktienkurs, keine Ahnung, sich verdreifacht oder sowas. Das war nie mein Investment-Case und ich hoffe auch, bei den meisten anderen war es nie ein Investment-Case. Was es aber immer bewirkt, ist natürlich, wenn ein Managementwechsel kommt und ein Management ist, das sehr dynamisch agiert, sehr erfolgreich sich auch vielleicht platziert in der Kommunikation, dass es grundsätzlich immer sehr langfristig positive Signale liefert und ich sehe hier weiterhin im Management einen sehr guten Draht auch zu den Investoren und auch wirklich sehr gut positioniert, um PayPal langfristig eben wieder erfolgreich zu machen. Denn wenn wir uns die Bewertung mal von PayPal weiterhin anschauen, also vielleicht grundsätzlich hier mal, ja, die Analysten sagen auch hier, grundsätzlich gibt es mehr Analysten, die zum Kauf raten mit einem Kursziel, das über 100 Euro hier liegt, also irgendwo ein Aufwärtspotenzial von 90% oder von 80%, je nachdem, wie man das sehen will. Und hier muss man eben sagen, das ist schon durchaus begründet, weil auch die PayPal-Aktie weiterhin eine sehr günstige Bewertung aufweist. Also wir haben hier KGVs, je nachdem, wenn man das KGV schauen will oder nicht oder ein Free Cashflow Ratio, Free Cashflow Rendite, wo ich immer drauf schaue, hier um die 10%, dann ist das schon sehr attraktiv. Also auch für einen Zukauf extrem attraktiv. Klar, jetzt muss man hier sagen, die Analysten rechnen hier in den nächsten Jahren mit einem Return zum Wachstum, also praktisch, dass die PayPal-Aktie oder das PayPal-Unternehmen auch weiterhin in den nächsten Jahren wachsen sollte. In meinem Investment Case tatsächlich ist das ein Idealzustand, aber es ist nicht der einzige Punkt, wieso ich investieren würde, denn selbst wenn die Aktie auch für die nächsten 2-3 Jahre stagnieren sollte, bietet die Free Cashflow Rendite durchaus ordentliches Potenzial, auch hier mir als Investor einen Mehrwert zu liefern. Sei es dadurch, dass dieser Free Cashflow genutzt wird und dann die Aktienpakete zurückgekauft werden oder Aktien zurückgekauft werden. Insgesamt, ihr könnt ja hier sehen, die Anzahl der Aktien ist auch in den letzten Jahren weiterhin gefallen und mit diesem Free Cashflow, den man produziert, kann man eben noch mehr und immer weiter Aktien einfach aufkaufen. Also für mich so eine Art Apple, Apple ist ja auch ebenfalls, ich sag mal, vom Wachstumsunternehmen her nicht mehr vorne an der Spitze, vielleicht auch vom Innovationsgrad her nicht mehr unbedingt so mega stark, aber es ist eben ein Unternehmen, das sehr stark gefestigt ist, sehr viel Cashflow produziert und das eben den Investoren zurückliefert. Und hier ist PayPal vielleicht, ich sag mal, von der Burgmauer her schwächer aufgestellt als Apple, bietet aber natürlich von der Bewertung her, vom Bewertungsgrad her ebenfalls sehr viel attraktives Potenzial und für mich definitiv ein Investment wert. Vielleicht steigt bei mir PayPal auch in den nächsten Monaten ein bisschen über 1% vom Depotvolumen. Ich werde es nicht zu meiner größten Position ausbauen, definitiv nicht, aber von der Bewertung her ist es für mich so attraktiv, dass ich sagen kann, ich kaufe hier vielleicht nochmal die ein oder andere Tranche auf jeden Fall zu. Wichtig ist jetzt nur noch eins, sicher dir 25 Euro Startguthaben, indem du einfach dem allerersten Link unter dem Video folgst, dir ein Depot eröffnest bei einem der besten Broker hier in Deutschland, den ich ja auch im Übrigen selber verwende und absolut nur weiterempfehlen kann. Sicher dir auf jeden Fall 25 Euro Startguthaben und schau dir einfach mal einen der besten Broker hier in Deutschland an, wenn du es bisher nicht eh schon getan hast. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir wieder einfach Feedback gebt, wo ich hier vielleicht einfach verstärkt drauf eingehen soll, welches Video, welches Aktienunternehmen schaut hier gerade momentan verstärkt drauf. Ich muss euch auf jeden Fall mal ein Update zu geben, vielleicht hier auch aus dem Urlaub raus. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank dir fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.